Das ist nochmal der Meistungs-Teil. Ich bin ja auch sicher, keine Ahnung. Wir sind in Grimma, aber jetzt haben wir schon gefunden. Und die Meister machen gar nicht. Und jetzt haben wir das exklusiv-Interview mit ihrer Trennerin, Patricia. Patricia, das scheint mich ein Hammer-Anschein zu sein. Also machen wir das Ganze noch mal.